das ist richtig geil warte mal also wenn ich mir zuerst das update herunter ich ne ne mach ich grad nicht also ich guck ne wow guck mal in mein, guck, guck mal in mein Livestream haaa was alles klar wenn ich stream an Fortnite, okay Megan oh mein Gott was ist das? 200 kostet das? nicht, das ist Geld, aber Spielgeld das ist Geld das ist Geld nicht ist die 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 ich bin wie soll ich dann an die Gruppen er hat als fort mal einst macht schneller ich bin ich mal vor dem Sieg auf ja dann hat er und dann nur also du musst vor Ort aus der Zeit von der Tafel bis nach wenn ich glaube ich kette für die Update doch für jeden hat jeder YouTuber schon veröffentlicht ich will einfach mal kurz einfach das zocken und dann Eiter die äh nur ein paar Schilden worden ist da ist sie was Prozent der Niedung der Mannheit und das war er in den Anwesen über die man abgibt und macht ein vor Ort abtät ich kann das nicht hier die Waffen sind so extrem geil mehr spieler nur ein alles neu laufen aber auch jetzt mal er hat sich gedacht ich hab dich gehört wer hat das jetzt oder nicht warum sich so viel zu gucken wer hat der Einweiter mehr nicht glaubt du sagst bei mir ist kein Updater also guck mal Fortnite Updates PS4 das was ist das egal Frau Niemann hast du jetzt geguckt oder nicht warte mal ich hab jetzt nicht geguckt hatte das 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 ich habe es nicht ohne Grund das Spiel gekauft und spielte ich halt nicht an zur Scheiße in die Tänisch die die Städte ist wir doch die sind bis zu nicht nur in die auf nicht die nicht ich bin ich bei YouTube ich bin noch immer später was hey 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 teher Türkei der sich die Türkei nicht weiter was gewünscht das nächste Ja, Mama, hier? Okay. Und wer kommt noch anders? Okay. Und was machen wir dann? Also was machen wir da? Was spielen? Machen wir. Okay, okay. Wolltest du mir nur durchsagen oder noch mehr? Ja, ich kann noch. Ja, natürlich. Ich weiß doch, wo du wohnst. Ich weiß doch, wo du wohnst. Hä, wohnen sie immer noch in der Ferienwohnung? Ja, dann weiß ich, wo du wohnst. Ein Pink. Wieso ladest du Stefanie und Gregor ein? Wieso unbedingt das Liebespaar? Ja, du hast ja nur so gedacht, ich will sehen, wie sie sich krissen gehen. Ja, stimmt doch. Wieso hast du nicht die Klassenliste? Stimmt. Und die anderen haben auch nicht die Klassenliste? Ja. Ja. Okay. Ja, dann bis Samstag. Was? Und wieso nicht, wieso nicht klingeln? Ja. Okay. Ja. Okay. Bis Samstag. Tschüss. Hä, du hast nicht mal ein Ladekabel da gelassen. Du hast nicht mal ein Ladekabel da gelassen. Oh, halt. Ach so, ja. Ich guck mal, weil es ist halt das Ding so. Ich krieg halt nicht immer die PS4-Cotona und ja. Ja, bis Samstag. Tschüss. Danny? Mhm. Ja, ladest du jetzt mal Fortnite-Updates herunter? Digga, kannst du mal kurz warten? Was für kurz warten? Ich hab jetzt fünf Minuten telefoniert. Wow, telefonierend. Und? Ich wege so echt so langsam. Wie sehe ich so langsam? Wie sehe ich so langsam? Und? Kann doch nicht dein Ernst sein. Ich will grad gucken, Digga. Lass mich doch mal mit. Oh, schon cool das. Hallo Arne. Moin. Was geht? Hannes, ich muss mit dir reden, also. Ey, kannst du Hannes hören? Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ähm, Luca hat mir erzählt, er wollte ja gestern mit mir reden. Er hat gesagt, also du hast mir gesagt, er hat mich beleidigt und er hat das genaue Gegenteil gesagt. Ähm, er hat gesagt, ähm, du hast mich beleidigt, er dich nicht. Also, er sagt so, er sagt so, er hat irgendwas angemacht auf YouTube und dann hast du gesagt, ja, Carlo ist Fan, er stimmt voll nach Scheiße und du sagst er, also, ja, Hannes. Luka sagt genau das Gegenteil, dass du das gesagt hast. Ja. Hm. Hm. Was für ein Video hast du denn angeschaut? Ah, ja, haha, setter Genre. Hannes, wir können gleich Fortnite zocken, aber ich muss noch Updates herunterladen, also. Ja, das geht ja, oder? Ja, okay, dann zocken wir GTA. Solange, solange, solange bis Fortnite, wie lange. Fortnite dauert noch 84 Minuten. Äh, ne Granate kommt raus. Die werden runtergeschubst, habe ich gesehen. Das ist doch voll geil, Alter. Ja. Danny, läst du jetzt mal das Updates herunter, oder nicht? Danny, läst du jetzt mal das Updates herunter, oder nicht? Nein. Äh, nein, gerade nicht. Hey, was, um was geht das in Python-Fontal? Ähm, viele Dinge, die man kann halt. Mehr Spiele spielen, Story-Modus spielen, die Dinge, was man halt kann. Das ist ja gut. Keine Ahnung. Ja. Johannes, ich bin, ähm, du bist ja mein Bestes Volk, du bist ja mein Cruising. Also, jetzt erklär noch mal alles, was er gesagt hat. Ja. Ja. Jetzt sagst du schon, du schrackten, was wir machen. Keine Einheiten der Rest-Klotte mehr in Sektor A. Ja, ich bin, ähm, ich bin, ähm, ich bin, ähm. Ja, ich bin, ähm, ich bin, ähm, ich bin, ähm, ich bin, ähm, ich bin, ähm. Aber ich verstehe das nicht auch nicht ganz, weil gestern, wo du Oster gegangen bist, hat er gesagt, er muss mit mir reden. Und dann hat er genau das Gegenteil gesagt. Dann hat er gesagt, ja, du hast das gesagt und so. Oh, also. Aber unsere Mütter sind doch voll befreundet. Wieso würdest du mich als Haaresohn beleidigen? Ja, egal. Und übrigens die erste Beleidigung, wo es vielleicht eher gesagt hat, es interessiert mich nicht mehr. Ja, es geht. Ach, egal. Ja, ich finde es nicht immer noch so. Okay, er hat, er hat, du hast doch gesagt, er hat gesagt, ja, ich bin fett und so. Ja, dann ist es halt so, dann ist es halt so, dann bin ich halt so, dann bin ich halt so. Das ist daran so schlimm. Da ist der Englisch damit schlimm. Oh, nee, oder? Was, so, ich kann doch immer mehr Titan. Titanfall. Hanus, wenn deine Mütter irgendwann mal da ist, kann ich, kann ich wohnen zu dir. Let's wohnen. Kannst du wohnen. So, ich habe keine Sache. Ja, nice. Boah, nein, boah, nie, bedauert noch nie. Okay, alles klar. Ja, äh, ich mache, ich mache jetzt, äh, loggen. Ich mache geschlossene Freundesitzung, okay? Was habe ich jetzt gemacht? Was? Danny, komm, äh, ladest du jetzt mal das Fortnite-Affekt? Kannst du? Ja oder nein? Digga, warte jetzt, lass mich jetzt erspielen. Meine Güte, ich spieg das Spiel. Ey, warte, Hannes, 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 Hannes. Ich bin seit einer halben Stunde in dieser Party und sage Ihnen, er soll das abwärts herunterladen. Denn er hat noch nicht mal damit angefangen. Ey, ach, weißt was, Mann. Ja, er, ja, er redet an mir. Hab ich keinen Bock mehr. So. Oh, wässe ich mir kurz auf, Wasser. Oh. 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 ... 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 die Sturm das hat er hat sich nicht so auch dieser B denn ich habe auch Zeit voll zwei Künstler ich bin ich habe die Wache anzutauschen die die ich habe erstens Prozent ich habe erstens die zählte Spiegel speicher ist was ist das Spiel Wie kann man die anderen löschen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie kann man eigentlich das beste Spiel oder das beste Spiel einfach löschen? Oh mein Gott, ich glaube, du bist jetzt der schlimmste Mensch, den ich in meinem Leben gesehen habe. Wie kann man die anderen löschen? Selbst keine Speicherplatz braucht. Wie kann man die anderen löschen? Speicherplatz braucht. Oh mein Gott, wie hart. Wie viel hat die noch mal? Die hat nicht mal Gigabyte, die hat irgendwas. Die hat Terabyte. Also noch mehr als Gigabyte. Wieso löschen von GTA? Wieso? Vor allem, wenn du irgendwann wieder, wenn irgendwann ein mega geiles Taktik in GTA kommst, weißt, wie lange du brauchst du ein bisschen installieren. Oho. Ein bisschen spiesig. Also Danny, du musst dich für zwei Sachen schämen, und dass du noch nicht ins Fortnite, ab dem du angefangen hast, und dass du dich zu arg und nicht stresst. Aber hast du schon zweitig dann erlebt, oder? Wow. Fuck. Er hatte ein Schwertiger. Und er hat mich dann zerfetzt. Oha. Oh Pischig. Ey, wollen wir nachher desleiten wollen? Alle Wunderwohnen? Ja, vielleicht, wenn er noch kommt. Wenn er noch kommt, ja. Aber wir gehen ja eh. Wenn man Fortnite fertig ist, dann gehen wir Fortnite. Ich bin da jetzt noch. Ich bin da jetzt noch gekommen. Ja. Ja. Ich bin da jetzt noch ein bisschen noch gezerrt. Und dann verraten wir. Werden wir noch nicht so weit. Da steht 91 Minuten, aber ist bei 1 GB. Das dauert wahrscheinlich dann so Püfte so, oder nicht? Oh, Carly gibt's ja die 99. Oh, Alter, hast aber Kicken davor. Dann auch mal 21.. ja ich weiß ich war zufrieden ich habe 8 es geht abjahr hat sich das nicht mehr zu sehen das gilt der abgestellten da ein Spiel das ist aber die die jetzt muss ich sagen dass sie nicht mehr zu tun haben die 8 8 5 6 6 3 4 4 4 5 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 6 5 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 6 5 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 6 5 5 5 6 6 6 6 8 8 5 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 6 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 Komm, entschuldige, warte. Du warst doch nicht da raus. Das ist ein Strand, ein Strand. Komm mal mit. Ach hier. Stell dich neben mir. Du sagst, ob die Blätter fertig ist. Okay, aber ohne taufen, okay? Taufen mit taufen. Okay, ein, zwei, drei. Was hat der, der für Maschinen? Geh mal, oder? Ja! 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 Ja, leider! Du schaffst! Ja, okay. Geh mal, ich kann. Geh mal im Wasser und schwimmen weiter raus. Geh mal im Wasser und schwimmen weiter raus. An meinen Rücken, bitte. Ich glaub, wenn ich ins Wasser geh, geht es dann weg. Vielleicht. Kannst du nicht, nee! Ich will die mal, wenn es ins Wasser geht. Lebe ich. Aber es geht auch nicht. Aber es geht auch nicht. Aber es geht auch nicht. Alter, deine Leiche! Die Leiche verschwindet jetzt im Meer. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich hab keinem mehr wir. Ich schaff keinem mehr. Ich schaff keinem mehr. Carlo, darfst uns umarmen. Carlo, komm, umarme mich. Hier bin ich. Carlo, Carlo, Carlo. Soll ich Fortnite ohne Anwendung verlieren? Nein, mach nicht. Komm, schnusen. Komm, schnusen, komm, schnusen. Ich dachte nicht. Hannes, da musst du nicht von neu machen. Das Update legt noch herunter, aber... Geh auf den Rücken. Klappen stehen? Sorry? Klappen stehen? Klappen stehen, ich will mal voll viel Huffpocken. Nee, er dürft ihn nicht. Er schnitt die Futsche. Jetzt lieg ich da. Wow, wir haben schon wieder verloren, ey, so Hurensöhne. Wenn sie grad verlos, gar nichts. Hannes, warte mal, ich weiß, dass wir das machen können. Carlo, ich kann nicht mehr. Carlo, ciao! Was muss jetzt? Warte mal, warte mal. Was ist das? Warte mal. Sieh nicht, Citric. Sieh nicht nur. Ich muss die Einfluss ansprechen. It's all the window, it's all, it won't do the window. Hannes, bist du drin? Jo. Ich auch, ich schreib jetzt schon. Wo es so scharf ist? Hannes, ich hab schon geschrieben. Wo es so scharf ist? Scharf ist ist S und da nur gedrückt. Das ist halt, nein, ähm... Ich glaub bei E und so. Egal. Scharf ist S, äh du, ähm... Dreieck oder L1 oder L2 drückst und ist sehr scharf ist. Ich hab sie gemacht. Warte, ich will seine Reaktion hören. Schau mal, den Chat. Danny, liest mal deinen Live-Chat. Aha. Ihr seid beide schlecht. Ich hab sie raus, ich hab sie raus, ich hab sie raus. Du seid nicht einfach. Nehmt das. Das ist jetzt gleich, kannst du nochmal den Lifejack legen. Ich bin kurz weg, ganz kurz in Höhe, es ist so hoch. Okay. Oh fuck, jetzt bin ich falsch. Jetzt kannst du ihn wieder lesen. Was? Was ist das? Er hat mich mit dem scheiß Bazooka. Ja, dieser Bazooka ist so OP, Mann. Hey, ich hab nicht Bock mehr als. Scheiß drauf. Boah, Digga. Was schreibst du? Nein, leider nicht. Noob. Weil du bist selber Noob, ey. Du hast nicht mehr das Spiel und du bist Profi auf alles. Ja, ist doch so. Mhm. Spiel du mal das Spiel. In Fortnite bist du extremer Noob. In GTA bist du so geht so, also in GTA bist du kein Noob, aber bist du auch, ja. Aber in Fortnite bist du Noob, ja. In WW2 bin ich kein Noob, in Black Ops 3 bin ich auch kein Noob, warum? Er ist es in WW2 und Black Ops 3 raus zu nie und ich kann dasnt nur irgendwie ein Aliciaifikas – das ist kein правứ 그리고 editor listend sein den es ist weiß. Aber es hat immer eine Zündung, aber es ist ruhig, ich weiß nicht wie du. Neues, der Mensch sagt, er könnte mich aus dem Black Ops. Kann das wissen, danke. der kopf aber ein gart es hat mich gern möchte werden alles von mir hier alles was es war eine gute andere ehrt man geht die amt neu gestaltet werden ja macht es ist alles was ist eigentlich das Prozent das letzte von dieser Platz der ist ich auch vor 16 diese Woche von die Platz also die OP ganz aber das ist der Traumzeit 100 aber ich hätte auch mit 100 die Kostetenswanzig was war und für die jahre an das war es ist die weniger nur zwei 20 mal nicht oder vielleicht haben sich hier auch keine Ahnung haben sie versucht gerade vor Ort mal zu starten also also wenn das nicht wenn er sich geht komme ich wieder ja stimmt es geht nicht das ist nicht so gut spielen wenn wir die reise das nicht mal angefangen ist zu sein ihren den sie mit seiner wand was das was ja das war auch das war so das soll ich so können die eines kommt gekostet ist großartig mit autos kurz denn die ganze zeit kommen bitte kommt cross out ja okay dann nicht groß ich hab Bock auf Crossout Mann, man schmecken auch normal! Alter, ich hab so lange keinen Crossout mehr gespielt. Doch nicht. Ich geh kurz im Crossout rein, bin dann kommst du weg. Ich weiß gar nicht, wie mein Auto aussieht. Crossout kommt auch voll zum Update. Hattest du alle... Nee, bei mir kommt ein Update jetzt 28 Minuten Crossout. Bei mir kommt... warte... Ich hab mir schon ein Update. Was? Ich geh zum Bildschirm mit Teilungen. Ja, ich kann nicht spielen, aber mir kommt ein Update. Ey, gibts eigentlich auch bei diesem Spiel... äh... Wir dauert jetzt neun Stunden, oha! Aber dieses Spiel kann man auch... Kann man noch bitte den Spitz von Bietzocken? Doch, die wollten... äh... übernehmen... Und so zusammen mit uns rein machen. Ähm... Was ist das so, was... äh... Wollen wir mal wieder mein Wort? So PvP gegen andere, ne? Ja, 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 ja... Ist das so mit Blut ein bisschen, oder sowas? Ja, natürlich. Dann komm auch mein Trust. Warte mal... Ich will das Spiel... äh, gucken... Wenn Zombie... Spielt, äh... Was? Wenn du kommst du Minecraft... Jo, warte, ich will kurz gucken... Wie ist dieses Jetsers? Äh, Tommy ist... ...und mein Gott... War uns so langladen? So, nochmal... Ach, scheiß drauf... Äh, ich mach noch eine Runde... hallo ja ja okay okay du kennst es neue mit einer perle und alles hat das große mit kaum zu so wie alles erstellen du kommst rein und dann kommt andere reinkommen das öffentlich Ich hab halt eine Karte, aber ich hab halt eine Karte. Okay. Wie viel Leben, Carlo? Drei. Zehn. Zwei. Wie viel Leben soll man haben? Äh, so viel wie möglich. Zehn. Zehn, aber... Das ist zu viel. Naja, drei. Nein, Spaß, mach drei. Drei is better. Alles hinterlaubt. Und stopp. Uuuuuhhhh. Naja, Alter geil! Ich konnte schon früher das Minigang kaufen. Toll. Jo, du kannst es reinkaufen. Uuuuhhhh. Uua, wach! Du bist mir auch müde? Warte, ich mach jetzt was. Ford Miete, Battle Royale-Line. Also es schaut nicht nach Zombie aus. Harvest, da steht 112 Minuten. Stimmt das eigentlich, weil es ist bei 1,5 Kilometer weit und es braucht 3,8 Kilometer. Und eliminieren. Ja, Cedric, bitte. Ja, ich tue gerade. Ja. Wirst du, kommst du mit, äh, kommst du mit Cedric 8032? Nein. Okay, aber... Ja, okay. Ja, dann habe ich es. Ja. Äh, Fortnite-Update. Ja, das dauert voll lange. Also, komm, richtig schnell Mon-Line und die Barriere. Das dauert voll lange. Ich glaube, äh, 2 Stunden um den Dreh. Ne, ich glaube, ich habe schon das neue Vorder... Ja, ey, komm, ey, komm in die Hetze-Party. Ja, Hannes, seht sie mich jetzt mal allein, oder? Wie lange soll ich es noch da waren? Ey, dann... Und dann mache ich den Lauf. Ja, aber ich mache nicht... Sondern gleich... Ah, da... Da kommt... Da kommt die schöne eine. Hallo, Cedric. Sonst wird gehörig, haben wir hier los. Vormitt muss abreden. Ja... Kannst du gerne gucken. Ja... Kannst du gerne gucken. Ja... Ja... Ähm, ähm... Patrick, installier schon mal Fortnite. Okay, das dauert zu lange. Ja, aber werden wir gut auf Internetwasser, weil ich habe halt noch so... so gutes... Aber... so gutes ... Ich hoffe effektiv nicht, wenn dein Vater erzählt. Das geht nichts. Das geht nicht. Ach nee. Ich habe den... Herr Wettbewerb, hat man eine Maschine zu lösen. Ach nee. Sie wollen nicht sein, oder? Ich glaube, es wird was Neues geben. Die haben noch eine Granate. Natürlich gibt es was Neues. Wir machen ja jetzt so, die haben noch eine Granate. Wenn man die Würfe, der Gegner ist da, dann wird der Gegner weggeschüttet. Ich habe das Lockdown gemacht. Ich habe das neid. Im Alter war ich nicht. Ich bin einfach, dass Du das heute wieder herkommst. Ich hatte das doch eine sehr gute Nachbarkeit. Ich wollte auch diesen Nachbarkeit. Ich hab wieder zu Hause. Ich konnte die Nachbarkeit nicht mehr so, dass es nach dem Schluss war. Ich wollte mich, dass du das nicht mehr so, dass wir das nicht mehr so schauen, wie wenn das nicht mehr so ist. Ja, die installiert gerade bei uns. Also, wie lange dauert noch Fortnite, glaubt der? Bei mir 107. Ja, die haben auch Fortnite voll verkackt. Es braucht die Revolver, Sturmgewehrkommission, und die ganze Sache ist ein bisschen hirnlos, also sie müssen anders. Nein, aber nichts nachdenken, dass sie das. Hallo? Was hast du für Autos? Ich hab mega... Geile. Carlo! Seit Weihnachten und so haben wir keinen Kurs mit mehr gespielt, ne? Ja. Wir dürfen 20 Weihnachten fest. Nein, da hat sich das runtergeladen und wir haben das schon seit einem Jahr oder so. Ja. Wir dürfen noch Halloween-Packs. Wir dürfen noch Weihnachten und Halloween-Kotze überstehen. Wir kommen tatsächlich neue Waffen und Bus und alles. Carlo, welches Ding hast du? Da war ich wirklich getötet. Also halt, du musst halt nicht angreifen. Ich bin in der Mitte. Er läuft da vorne, er hat Steinschleife und hat... Ich streame mal, okay? Okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wir haben keine Chance. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay. Hi Leute, wir machen jetzt mal ein Crossout-Spielen. Das ist jetzt mal hier! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jo, heyo Leute, willkommen zu einem, äh, zu dem ersten Minecraft-Stream seit einigen Monaten. Äh, hier sind drei Gäste in der Party, sagt Andermann Hallo. Hi, was geht? Ihr solltet ihn vielleicht gar nicht so froh. Bei mir nicht. Ich schicke an deinem Internet. Ach, mir ist. Ich schicke an dir. Bei mir? Ja, das ist voll nicht fast selbe. Bei mir läuft alles gut. Sollte ich spielen mit CenterShotGyo, jo? Jo, vielleicht kenn ich ein paar. Mein Kanal heißt. Alles gut. Check deinen Kanal auch. Carlo, schau mal, was meine Map hat. Was keine Map hat. Schau mal, ich hab einen Katapult. Wo ich mich selber wegschießen kann. Was ist das? Ja, wo war ich da? Bereit? Ja, was? Oh, die Musik, Carlo, öh! Wo ist die Kamera? Iiiiih! Ehe eine Musik das ist ja eine Musik ab ich Ich spiel mal so lange hier. Das ist eigentlich fast wie die GTH. Ah Leute. Also es ist so wie die GTH. Noch nicht hier. Oh, Fortnite dauert so lange. Sieg einfach, Diego. Sieg einfach. Deswegen nutze ich euch mit denen. Ne, Carlo? Carlo, komm. Wir treffen uns mit und dann kämpfen wir, okay? Ich hab nicht mal einen Tipp. Nein, 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 nein. Ich lasse noch eine Chance. Johann träumt für dich. Carlo, Johann träumt für dich. Komm her und hol ihn dir. Danny, kommst du auch, Minecraft? Warte. Hallo. Ja. Kommst du auch, Minecraft? Warte. Ey, Hannes, der Kapitel wird sich gar nicht in sein Leben. Hopp. Oh Leute. Hannes, ich verlass mal kurz runter und ähm, ich lade dich in der Welt ein. Oh. Wenn du das Fortnite-Update heruntergeladen musst, dann werde ich mal dessen bist du. Ja, dann bist du eh weg. Du bist dann immer dein Vater, wenn es jetzt fertig ist. Mein Vater kommt erst um 6 Uhr. Ja, das ist jetzt, äh... 4 um 50 Minuten, dann ist es noch nicht fertig bei mir. Vater. Ich hab doch gesagt, ich werde da ein bisschen zu dir. Oh, ich hab zwar noch... Oh, ich hab zwar noch...